Was willst du denn jetzt? Ach ja, come on. Er hat doch gar nichts gemacht, ey. Ich meinte, dass ich existiere. Ich weiß, ich mache immer das gleiche, aber bei der hässlichen Gegneranzahl jedes Mal, ey. Er benutzt Magie! Saphira, wo warst du? So einfach ist das. So machen wir das jetzt einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ununterbrochen, da kenne ich jetzt nichts mehr. Ein Brunner's auch mal machen würde. Nein! 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 Wenn er auf dem Bauch liegt Wenn er auf dem Bauch liegt Und man auf ihn einschlägt Passiert natürlich nichts Weil er da viel geschützter ist Als mit dem Gesicht nach vorne Und mit dem Schwert nach oben Das ist auf jeden Fall viel geschützter Wenn er auf dem Boden liegt Mit dem Rücken zu mir ist er viel geschützter So Oh, gleich ein Double drauf, Alter Dumm Einfach nur dumm So, jetzt haben wir hier alles near gesmashed Und Tja, dabei haben wir noch nicht mal irgendwas gemacht, ne Wir haben einfach nur existiert Ah, was Ich weiß nicht Okay, das ist gemein Fertig Fertig Eine Falle Fertig Feuer Geben da Weich den Pfeilen aus Fertig Feuer Ah, sie sind durchgebrochen Tja, sie sind durchgebrochen Tja, sie sind durchgebrochen Tja, sie sind durchgebrochen Komm schon So, ich hab wieder ein Leben Gern weg, Brum Okay, da war keiner War auch keiner War auch keiner Bum Bum Ah, super Ich hab so gesehen Richtigen erwischt Los, come on jetzt Bum 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 Ach komm mal, Ron, ich will das jetzt aktivieren jetzt Und weg damit Boom Komm schon, na los, komm Ja, es war voll clever taktisch klug von dir Ja, es gibt auch keine anderen Feinde hier Ja genau Ey, was ist denn jetzt? Komm schon Komm Boom Also ich Boom Also hier Boom Also ich Boom Also ich Boom Also ich Boom 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 Hier, Ron, nimm du das mal Schöne Sache Ähm Ganz ehrlich Wo kommt ihr jetzt her? Ja Ja, weil der Gegner nicht nahe genug ist Ey Da hat der Brumm echt kackenweise abgestaubt Und Schuss Bietest du mir gerade dein Schwert an? So, kann ich jetzt bitte weitergehen? Ah, es sind Milliarden von Leuten im Weg Weil sie meinten, sie könnten mich jetzt Oh, plötzlich alleine töten Was sie alleine nicht schaffen Was sie zusammen nicht schaffen, das schaffen sie halt allein Oh, die Special Megatür ging auf Und gucken, was uns hinter dieser Tür erwartet Du Hässlicher Kleiner Dreckiger Schmunk Piss dich doch ins Knie Du bist genau so einer von diesen Dreckskindern Die keiner leiden kann Was ist das denn hier? Wow Okay, cool Oha, leider Bildschirm Ich hab Durst, Alter So richtig derben Ah, Gilead Gilead Normal So, besiegte Feinde 24 Brumm 19 Gesammelte Punkte Kugelmäßig 485 Brumm 135 Schwierigkeit normal Verstecktes Ei gefunden Nein Benden Spieltipp Benutze Ausweichmanöver Um gefährlichen Angriffen zu entgehen Halte X gedrückt Und bewege L Um in die entsprechende Richtung auszuweichen So Leute Wir machen jetzt erstmal Eine kleine Aufnahmepause Ich bin mich scheiß müde Ich hab Arschfick Durst Mäßig Und wir schauen mal Wie gesagt Schrotet mir bitte mal in die Kommentare Wie es jetzt aussieht Ob diese Stimme Einigermaßen jetzt besser ist Als früher Oder ob sich dann nochmal Ein bisschen was ändern müsste Ich bin für alles offen Und wünsche euch noch ein Eine angenehme Zeit Man sieht sich hoffentlich mal online Tschüss Von den Simons Mäßig Längst von den Simons